hallo hier meine lieben und willkommen zu einer neuen folge wie rising und wir machen uns jetzt auf den weg es ist gerade nachten geworden vor kurzem gerade eben und wir machen uns jetzt auf dem weg zu diesem herrn hier und hier liegt schon wieder zeug du bist ein normaler hund oder es war doch bestimmt wieder diese lüdie davor gehe ich jetzt noch will eigentlich nichts mit ihr zu tun haben ich suche nämlich gerade nur diesen herren rufus oh warte mal es kommt von der richtung müssen wir hier entlang müssen wir hier entlang müssen hier ist er hier drin hallo ist ein zwanziger dabei der hält mich gefangen der betäubt mich immer diese die armbrust ist zwar echt cool die armbrust der spiel aber wenn die mit dem bogen schließen das ist nicht so cool habt ihr was drin ich glaube ich nehme das wieder meinen wert warte mal wo wird mir irgendwas angezeigt eigentlich oh nein noch verdammt denke ich daran dass hier was war denke ich daran dass hier was war warte mal wo ist er ist er das da hinten das ist er oder ja ist so ach der hat auch so ein ding was hat der denn willst du mich verarschen die sind alle unverwundbar gerade oder was die waren alle rot hey sag mal hörst du auf was war warum hör doch auf mit deinem mit deinem roten dings why nein nein geh weg du kannst dich halt auch nicht mal kurz heilen die waren ja nicht mehr und im Leute sind. Wenn ich jetzt weiter weggehe, dann resettet er sich. Wenn ich weiter weggehe, resettet er sich. Man hat da keine passive Regeneration, glaube ich. Denk schon wieder in den Menü. Oh my. Holy. Okay. Aber war hier nicht auch der andere? Nee, der war woanders. Der war woanders. Stimmt, ja. Der war in der Mine. Der Errol. Ah, ich sollte mich heilen. Da war aber. Jetzt komme ich auch schon wieder. Verdammt. Sollte er mich heilen sollen. Hallo. Oh, das ist der 20er. Ich muss mich heilen. Habe ich vergessen. Oh, Mann, ey. Uiui. Wieso steht da schon Max, wenn ich... Das ist ein Anzeigefehler. Ich bin immer noch... Ich bin immer noch kaputt. Ich bin immer noch kaputt. Ach, weil ich kein Ding mehr hatte, kann es sein. Ja, weil ich kein Blut mehr hatte. Deswegen stande da gerade Max, weil ich schon... Ich habe neue Skills. Schattenblitz. Ein Schattenprojektil, das 200% magischen Schaden verursacht. Ach, guck. Habe ich gar nicht benutzt, dieses Ding da unten. Ach so, das war der. Habe ich was Neues? Ein Blutrausch. Mal das. Gibt es jetzt noch irgendwas? Also mit Sicherheit, aber... Ist das jetzt auch schwer nachgespawnt? Der spawnt ja auch immer nach, dieser Typ. Nein, nein, ich wollte mich ernähren. Alles gut. Ich wollte nur euren Loot haben. Ich wollte mich nicht ernähren von euch. Alles gut. Nein, nein. Oh. Hör auf. Einfach mal alles vertragen. Ich hoffe, das war's, oder? In welcher Richtung laufe ich dann? In die Richtung. Wenn ich laufe, muss hier so. Schreckst du fest? Nein. 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 Mach mal deinen Wolf und... Wir können ja mal so in die Richtung laufen. Nein, nein. Hör damit auf. Waren wir hier schon... Oh. Waren wir hier schon mal? Wir gehen jetzt halt hier... Warte mal, wir könnten... Da müssten wir wieder hier durch, ne? Da müssten wir wieder hier durch. Wie sieht denn unser Inventar aus? Wollte eigentlich mal... Kann man hier auf der Karte irgendwas markieren? Markierung hinzufügen, entfernen. Wir können ja mal so einen Klotz... So einen Klutzen, ja. So einen kurzen... Abstecher machen. Einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Na du? Nein, hör auf. Na ihr? Na du? Nicht hauen. Oh oh. Der könnte mich in der Tat gerade... Wenn ich Schaden kriege, dann verwandle ich mich nämlich zurück. Ich werde es nur auf der Karte markiert haben. Dankeschön. Oh. Hat es ein bisschen geruckelt. Wahrscheinlich, weil ich ein neues Gebiet... ...aufgedeckt habe. Hier ist so ein Ding. Das tissen mich auf jeden Fall mit. Da muss ich mich gerade mal zurück verwandeln. Wo bin ich denn gerade? Ja genau, das passt schon. Den mache ich dir so entlang. Ja, einfach ein bisschen rumgucken, was hier so ist. Hier ist auch ein kleiner See. Ja, ein bisschen größer. Hier ist auch so ein... Wollen wir das mitnehmen? Na komm. Äh. Hey, geh mal bitte weg, sonst... ...sonst und so. Oh nein, hier ist noch einer. Ach komm, den lasse ich jetzt gehen. Den lasse ich jetzt gehen. Ja, aber na. Da ist ein Wölfli. Ist ja auch wieder so ein Boss. Das sieht so nach einer Bossgegend aus. Guck mal, ich bin einer von euch. Wäre voll cool, wenn die einem nichts tun würden, wenn man hier so rumrennt. Äh. Äh. Mami? Da unten bin ich. Waren sie mir ja fast. Aber hier unten wird alles ziemlich gleich sein. Geh ich mal davon aus. Ich wollte eigentlich einen Stein. Holz ist auch okay. Können eh gar nichts machen in der... So, ne? Wo sind wir denn? Hier unten. Wir könnten... ...versuchen, hier so entlang zu kommen. So, da ist halt wirklich überall... Oh, das ist aber schon schön gemacht, ne? Hier, dieses ganze Watter und alle. Ist schon cool. Und man verarscht mich doch nicht. Hier ist auch wieder so ein Hund, ja. Nein, sollst du dir in die Hand nehmen. Ah. Ja genau. Und hier... ...wären wir ja gestartet, wenn wir den Bereich gewählt hätten. Ja. Da wären wir gestartet, wenn wir hier gewählt hätten. Dann können wir... Hier ist alles offen, ne? Hier ist logischerweise zu, aber da kommen wir auch nicht mehr hin zurück, glaube ich. Da ist aber auch nichts wirklich Wichtiges. Westlicher Wald. Exakt. Oh, sieht hier voll schön aus. Sieht halt echt voll schön. Oh, hi. Ah. Servus. Kann ich da bei euch vorbei? Ich kämpfe ja gerade mit dem Wolf. Ah, da glaube ich, ne? Glaube ja. Oh, hi. Kann ich dich eigentlich in meiner Wolfsform angreifen? Nee, ne? Macht's überhaupt was gegen mich, wenn ich in meiner Wolfsform bin? Ich bin fremdelig. Meistens. Ist auch eine. Es orientiert sich immer gar nicht, sich zu verwandeln, weil hier so viel ist... ...dass man mitnehmen könnte. Was ist denn das hier? Okay. Ich konnte nicht so schnell gucken, was es war. Was war's denn? Was hab ich denn da... Ach, diese Höllenkrieg sind Trompete. Und gar nicht so schnell gucken, was das war. Überrennt er mich jetzt? Nee. Ich hätte dem Spiel zugetraut. Ich hätte dem Spiel zugetraut. Okay, hier oben ist eigentlich nicht so viel. Hallo. Hier ist auch ein schöner Aufgang. Er ist halt noch ziemlich weit unten. Das ist ein schönes Wasser hier. Schaff ich den schon? 36. Nein. Wie heißt der Trend? Ui. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Was ist denn Blutmond? Also, ich weiß, was Blutmond ist, aber ist hier irgendwas Besonderes? Steigere die Effekte deiner aktuellen Blutgruppe um 20% und erhöhe deine Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. Boah. Hier unten waren wir jetzt ja noch nicht, ne? Aber hier ist, glaube ich, nicht viel anders wie hier unten. Einfach wieder mal nach oben. Hallo. Nicht hauen. Sonst verwandle ich mich zurück. Das ist natürlich cool. Sind wir noch schneller. Ich hoffe, wir sind ja auch in der Wolfsform schneller, aber es fühlt sich so an ein bisschen, ne? Das ist natürlich geil. Alles so rot. Nein, ist ja auch ein Blutmond, aber... Trotzdem ist alles so rot. Ne, diese Eisdinger brauche ich jetzt ja erstmal. Das sind nur zwei Dingsis. Ich frage mich gerade, ob ich... Wenn wir so schnell unterwegs sind, wohin reiten soll, wo ich noch nicht war. Ich reite jetzt einfach mal kurz hoch. Wo reite ich ihn hin? Reite hier rüber. Dann können wir, wenn wir hier bei der nächsten Dingsin mal hochreiten. Äh. Ach, hier geht's hoch. Hallo. Oh, hier ist ein Alpha-Wolf. Gaiwin, der zwielichtige Dealer. Wollen wir den machen? Den machen wir mal, wenn wir... Also... Hier drin ist, glaube ich, der andere. Der... Äh... Ach, dieser nächste Boss. Ich habe es vergessen, wie er heißt. Genau der. Wie heißt er denn? Ähm... Irgendwas mit E? Äh... Erol? Auf jeden Fall dieser, ähm... Steinbrecher. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der ist da. Glaube ich. Was ist denn da? Feuerblüte. Äh... Dankeschön. Wo sind wir denn? Da oben? Das ist gut. Ich frage mich nur, ob wir irgendwann wieder heimkommen. Wenn wir so weit weg gehen. Vielleicht finden wir irgendein neues... Material. Da hoch gehe ich jetzt mal, ne? Er ist in der Friedhof. Ist das der vergessen? Huch. Manchmal ruckelt es ein bisschen. Hier ist Kupfer. Hier ist auch ein Aufgang. Hallo Wolf. Ich glaube, die Wölfe sehen mich tatsächlich nicht, oder? Oder? Ich will nur immer die Gebiete entdecken. Dann kann ich das nächste Mal hingehen. Oh, ist mir jetzt erschrocken. Kein Damage. Bitte kein Damage. Bitte kein Damage. Bitte kein Damage. Nein. Wollte, glaube ich, hier hoch. Kann das sein? Ich glaube, ich bin falsch abgebogen wegen denen. Oh, Mann. Kann gerade nicht mal auf die Karte gucken. Ja. Du musst zurück. Du bist aber wahrscheinlich angeschossen von denen. Hallo. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Geh weg. Musst du hier rüber? Ja. Ich wollte da mal hoch. Ich wollte da hoch. Was ist das? Seht ihr da jemanden? Ich sehe da keinen. Ach. Ich wollte schon gerade sagen. Ich sehe da gar keinen gegen was. Was kämpft denn da gegeneinander? Die können durch kämpfen. Und der Vampirjäger, der hat mich auch schon so ein paar Mal angeärgert. Das mit dem ist nicht zu spaßen. Aber so ganz und gar nicht. So ganz und gar nicht. Ciao. Ich wollte euch nur entdecken. Oh, hi. 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 Ciao. Miliz lag. Nein, nein, nein. Mann. Ich habe es nur noch spannend hören hier. Oh Gott, hier kommen Hunde. Oh Gott, hier kommen Hunde. Hi. Kann ich vor, ich weglaufe? Ich bin nur auf der Durchreise. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Hier sind Kühe. Hier sind Kühe. Ich werde nicht mehr... Wie cool ist das denn? Für die Wissenschaft, okay? Okay, Stein. Warte. Nein, nein, nein. Nein, bitte nicht. Ich habe einen Bauernhof entdeckt. Die rennen ja weg. Tut mir so leid. Ich drücke immer wieder auf die... Ach, da kann man sich auch nähern. Ich verstehe. Und was geben die, wenn ich... Tut mir leid. Die Haut und Knochen. Okay. Oh, hier hakelt es gerade ganz schön. Hier sind Pferde. Muss der ganze... Kann man... Kann man sich ein Pferd holen? So einfach? Nee, ne? Doch. Aber das gehört dann nicht mir, oder? Oh nein! I'm so... I'm so sorry. I don't... I don't... Oh... Aber ich kann nicht mit dem hüpfen. Ich kann nur reiten. Das ist natürlich Kontra... Okay, ich glaube, ich... Sehen die mich auf dem? Ja, die sehen mich. Ei. Au. 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 Weiß jemand, ob man mit dem Pferd noch irgendwas machen kann? Das ist ja total lahm, wenn man auf so ein Pferd reitet. Hat das irgendwie einen Turbogang? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinwollte. Oh, hier ist eine Birke. Liebe ja Birken. Wo bin ich denn? Ja, genau. Da oben... Oh, es hat sogar gedings. Da oben wollte ich schon irgendwie hin. Aber eigentlich wollte ich hier unten hin so. Aber wir können gerne da oben mal... Jetzt dann so... Kommen wir hier durch? Würde gerne hier rüber wollen. Geh mal wieder in deine Wolfsform und zoome mal ein bisschen raus, weil sonst kriege ich einen... Sonst kriege ich einen Krampf. Hi. Komme ich hier durch? Hi. The Dawnbreak. Nein, die haben alle Dinger. Die schießen mich mit Sicherheit runter. Oh, hier ist auch... Hier sind Schweine. Und hier ist ein Hund. Hi. Nein, keiner hilft. Hier haben wir auch einen Zaun kaputt gemacht. Guck. Ich bin schon wieder weg. Alles gut. Alles gut. Nein, nein. Nein. Geh weg. Boah, das ist cool. Ja, wie ist das denn? Baumwollfarm. Oh, Knoblauch-Aussetzung. Ciao. Ihr müsst nicht run away. Ich bin schon weg. Alles gut. Ich bin nur neugierig. Ich bin nur neugierig. Oh, 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 oh. What? Hier oben gibt's Quart. Ja, gibt's doch dann mit Sicherheit auch. Geben die nur normales Sägeholz, ne? Aber wenn's hier Quartz gibt... Okay, jetzt hat wieder was geladen. Hat's wieder grad'n bisschen geruckelt. Oh, hier. Guck mal. Ist das vielleicht, äh, was ich suche? War der... Ne, ich hab Angriffsstufe zu niedrig. Ist das irgendwas Mächtigeres? Was ist das? Schade, dass das nicht dabei steht. Könnte ja dabei stehen, was es ist. Auf welcher... Auf welcher Stelle ist das hier oben? Ne? Ist aber bald wieder Tag. Auf jeden Fall war hier oben Quartz. Oh, ich werde sterben. Ich seh dir schon. Ich glaube nicht, dass wir heil ankommen. Was ist hier? Ach, noch ein Milizlager. Heimgesuchte Eisenmine. Oh, ist das hier schön. Ist das hier schön? Jetzt nicht mehr, aber gerade eben war's schön. Doch, guck mal hier. Wie grün das ist. Oh, die Birken. Oh, ich möchte hier sein. Oh, wie geil. Wo muss ich hin? Gerade für einen Freund. Ist das hier schön. Muss ich hier runter? Warte mal. Muss ich hier runter? Ja... Alternativ könntest du auch hier entlang reiten. Ist das dann die Straße bestimmt, ne? Ja. Oh oh. Oh oh. Hier ist wieder Pferde. Mein nur. Also. No. Oh, hier ist wieder irgendwas. Warte mal. Oh, jetzt kann ich's nicht angucken. Verdammt. Verdammt. Doch, kann ich. Warte, warte, warte. Schau, 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 schau. Hier, guck mal. Ist auch zu... Ach nee, ist das gleiche, ne? Ja, das sah aber ein bisschen anders aus. Okay. Also eigentlich sieht's nicht anders aus, aber... Ähm... Ähm... Spiefe. Da brauchen wir noch ein besseres Werkzeug. Nein. Aus. Geht weg! Ah, das ist schon wieder so einer. Okay. Dann können wir da dann runterwärts, ne? Oh, oh. Wow, wie cool ist das denn? Stopp, 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 ich brauche, ich brauche, ich brauche. Wie cool ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Hier. Mit den Dingen hier. Das ist ja geil. Hier oben ist Quarz. Aber da komme ich jetzt nicht einfach so hoch. Okay, das Gebiet hier unten ist auf jeden Fall geil. Wenn ich aber hier hochgehe, da oben ist bestimmt jemand Böses, oder? Ja. Ja. Klingt die nicht? Hallo? Geht's denn hier hin? Was ist denn das für eine Ecke? Wollen wir da mal hinkommen? Auf jeden Fall wissen wir jetzt halt, wo es ein bisschen Sachen gibt, wenn wir irgendwas brauchen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich will kurz mal da hingucken. Bin ja neugierig. Ah! Okay, einfach nur... Die Musik finde ich ja voll schön. Die ist zwar auch sowas, aber ich... Geht's mal wieder in meine Wolfsform. Bald ist auch wieder Nacht, dann können wir schöner durchreiten. Oh, hier ist auch eine Bürger. Oh, kann man da irgendwie Samen rauskriegen? Warte mal, nimm mal... Was ist denn da? Ich kann jetzt eigentlich den Baum zerhacken und nicht das Ding, aber ist okay. Kann man da Samen rauskriegen? Oh, oh. Ja, was? Ich weiß, dass ich gerade meinen Schatten wegmache, aber ich möchte gucken, ob man da Baumsamen rausbekommt. Oh, hier ist es halt echt voll schön. Oh, oh. Dankeschön. Habe ich irgendwas bekommen, Nina? Einen Baum sammeln. Tja, der... Oh, hier ist noch Quarz. Oh, oh. Und noch irgendwas wahrscheinlich, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Ich habe gerade irgendwas... Ne, da hinten ist ein Wolf, glaube ich. Okay. Hier ist es halt voll cool. Hier so eine kleine Basis zu haben, wäre bestimmt auch schön. Vor allem ist hier auch voll schön platt. Aber jetzt ist es dunkel, wir sollten wieder heimreiten. Sollten wir daheim gehen. Pferderennbahn? Was? Oh, Katze! Oh, ist das geil hier. Okay, ich bleibe schon mit dem Wolf überall hängen. Da ist eine Pferderennbahn natürlich. Sehr gute Idee. Ah, ich muss hier entlang. Wenn ich heimwärts möchte. Und dann? Piu, puu, puu, puu. Oh, ist schon geil hier die Welt. Mag die total. Habe ich den da schon? Nee. Geh weg! Geh weg! Lassen sie mich! Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will nichts Böses. Man kann ja auch Portale später bauen, wenn man einen bestimmten Boss getötet hat. Also Boss, also mein Sohn. Der Rezepte freischaltet. Ich sag immer Boss. Hier ist noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Da vorne noch Quarz, ja. Oh, hier, da kommt aber auch jemand. Und noch schneller, schneller, schneller. Ich kann mich gar nicht sehen gerade. Ich glaube, ne? Was ist denn Vene freilegen überhaupt? Kann dann jemand von mir trinken? Äh, bin ich noch auf dem richtigen? Wie geil ist das denn? Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Diese Figur. Konnte ich das vielleicht nicht angucken. Ich glaube, man hat sie ein bisschen gesehen. Ich muss das noch in meinem Video angucken. Das ist auch geil. Ich bin, ich bin auf dem falschen Weg. Komme ich hier auch irgendwo dahin, wo ich hin möchte? Ich muss wieder da hoch, ne? Hier ist ein Wolf. Muss dann wieder... Ich kann auch hier unten rum. Dann hätten wir das aufgedeckt. Dann auch da unten rum. Nur wie muss ich dann gehen? Muss ich dann hier rum? Ach, da vorne ist ein Kampf. Bin ich ein Nutznießer? Okay, so viel gutes Zeug kommt jetzt not. Okay. Ne, ich bin halt wieder unten in dem Spiel, ne? Da ist nicht so viel guter Loot. Guter Loot. Aber wenn man da oben irgendwie so eine... Man kann ja auf dem Server oder auch im privaten Spiel hinterlegen, wie viele Herzen du haben kannst. Demnach, ähm... Ist festgelegt, wie viel... Wir können auch hier rum laufen, das ist kein Ding. Wie viel du auf der Map bauen kannst. Wie viele Basen oder... Überhaupt. Ich bin grad gar nicht sicher, ob ich das hochgestellt hab. Ich glaub, standardmäßig ist es ProSpieler 2. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hochgestellt hab. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Server-Settings nacherträglich noch irgendwo sehen kann, beziehungsweise verändern kann, wenn der Server erstellt ist. Ich hab ja einen privaten Server, also weder einen dedizierten noch sonst irgendwas. Der ist einfach nur Singleplayer. Ihr Horstet. Hi. Und jetzt hab ich wahrscheinlich... Ah, na, 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 na. Hier bin ich. Das ziehe ich. Schießen wir hin? Er kann genauso gut schießen wie ich. Was war das? Ach so. Das sah jetzt aus wie ein Riesenbär. Ich bin nicht gerade erschrocken. Hi. Ihr seht auch nicht mehr so ganz fresh aus. Hier ist überall Kupfer. Vielleicht... Ich muss mal gucken, ob man... Wahrscheinlich brauche ich erst noch ein Rezept, damit ich die besseren... Was ist hier? Gehe weg. Die besseren... Dinger machen kann. Die besseren Waffen und so weiter. Ah, da unten bin ich. Hi. Na du? Wieso kann ich dich eigentlich nicht mit einem Wolf auffrisen? Könnte ich ja trotzdem töten. Also ich meine. Ne? Hier kann man angeln. Verstimmt, ich hab ja jetzt meine... War das jetzt halt der Boss mit der Route? Ja, ne? Mit der Angelroute. Muss ich mal gucken. Wenn wir daheim sind. Mir war es jetzt auch gerade wichtig, ein bisschen rumzusausen. Ähm. Weil ich halt unbedingt sehen möchte, was da oben war. Aber jetzt geht's wieder heimwärts. Das ist der richtige Weg, glaube ich. Hallo. Na ihr? Hallo. So, ich weiß jetzt nicht wohin geradeaus. Ah, ihr könnt auch hier oben rum. Das ist kein Ding. Ich weiß gar nicht, ob das da... Ja. Hab ich das schon aufgedeckt? Ne, nicht ganz, ne? Gehen wir da oben hin. Die machen ja nichts. Das finde ich cool, dass sie nichts machen, wenn man in der Wolfsform ist. Das ist wirklich geil. Wofür braucht man eigentlich Schwefel nochmal? Hatte ich das schon angeklickt? Muss man das irgendwie aktivieren? Das ist das, wo man respawnt, falls du stirbst. Na, na. Ich wollte mir teleportieren. Alles gut. Ich weiß nicht, wo man dahin teleportiert. Muss ich mich... Kann ich also... Ich trau mich nicht. Was passiert mir, wenn ich das so anklicke? Ach, hier oben war sogar ein Teleporter. Wo können wir auch so hingehen? Moin. Okay. Milaiki. Muss ich heimfinden. Wieht alles so gleich aus hier? Okay. Einfach der Straße entlang. Ist er? Okay. Eigentlich dürfte ich es nicht verfehlen. Sagte sie. Aber die Welt, die ist wirklich schön gemacht. Wirklich, wirklich hübsch. Ich habe das immer voll gerne, dass ich... Wenn ich ein bisschen was habe... Hier übrigens ist die Mine, wo wir, glaube ich, rein müssen dann. Weiß ich nicht, vielleicht. Ich mache das total gerne, wenn ich ein bisschen was habe. Einfach mal... Auch mit der Gewissheit, dass ich sterben könnte. Dass ich einfach durch die Gegend laufe. Und ein bisschen sehe, was es noch so gibt. Ich mache das echt total gerne. Ist das mein Aufgang hier? Nicht ganz, aber da kommen wir auch zu mir hin, oder? Glaube. Also mit Karte wäre ich hier schon lange verloren. Ich muss die Markierung... Kann ich die Markierung wieder wegmachen? Dankeschön. Da ist mein Sarg. Ich sehe ihn schon. Ich muss da oben rüber. Ich wollte gerade sagen, wäre cool, wenn wir... Oh, guck mal hier runter. Das ist schon geil. Ich finde die Welt toll. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde die Welt toll. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Ah, wo geht's denn hier hoch? Hier geht's hoch. Hallo, Golem. Na du? Wir sind daheim. Ich bin da. Hallo. So, Leute. Wir sind da. Warte mal, kannst du mich kurz mal... Das ist das Doofe, wenn die Sachen nebeneinander stehen, weil dann macht man immer das Falsche auf. Lass mich erst mal Sachen auspacken. Njung. Stein, Stein. Dingsbums. Stein. Irgendwo ein Stein. Glaube nicht. Das, das, das. Feuerblüte hatte ich noch nicht. Das kannst du reinschmeißen. Das kannst du reinschmeißen. Hatte ich hier diese Papiere? Yes. Das Buch habe ich zufrieden nicht gefunden. Die habe ich nicht gefunden. Ich habe eine, ich habe eine, ein Ding gefunden. Warte. Eine Armbrust. Aber die ist schlechter als das, was ich jetzt habe. Ist aber egal. Hier. Knochenarmbrust. Aber es gibt doch noch irgendwo eine bessere, meine ich. Dann zu craften. Ich brauche mal das alles hier rein. Kann ich das da auch schon schmilzen? Ja, zu Glas. Ich weiß gerade nicht. Aber das ist ein unbekanntes Rezept. Das kann ich noch nicht. Das kommt erst noch. Äh, ich lege das mal hier in die Kiste. Und finde es nie wieder. Das wird mit Sicherheit so kommen. Das weiß ich. Das wird mit Sicherheit so sein. War jetzt hier was drin? Hier hatte ich die Bräder reingelegt. Und hier das Holz. Äh, Sägesperne. So, hier waren die Herzen drin. Glas, Staub, Baden. Ja. Kann ich eigentlich rüberlegen. Ist der Staub? Habe ich den hier irgendwo rein? Kannst du ja auch mal hier reinlegen. Oder habe ich das hier? Ne. Wui. Ich wollte zu dem da eigentlich. Ja, ich wollte nicht zu Feuerschale. Ich wollte eigentlich zu ihm hier. Uh, uh, uh. So, und das kannst du jetzt halt hier dann werfen. Dann läuft das da noch ein bisschen durch. Das kannst du nehmen. Hier ist nichts drin. Perfekt. Wir könnten auch mal wieder unsere Blutpresse. Aber momentan haben wir eigentlich genug. Ähm. Äh, äh, nicht die Blutpresse, die andere da. Cool wäre es, wenn wir irgendwie... Bin mir gerade gar nicht sicher. Kann man verschiedene Stockwerke bauen? Wäre dann voll cool, wenn du... Wenn du das Mäusezeug da zum Beispiel in den Keller bauen könntest? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, es heißt ja irgendwas mit Etagen. Reiseumhang, vier Tuch und Leder. Könnte ich das? Ich weiß zwar, dass wir das Tuch dann wahrscheinlich zu... Weiß nicht, dass wir irgendwas anderem noch sicherlich brauchen werden. Und wahrscheinlich genau vier Tuch. Aber... Ich will den machen. Nein, 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 nein. Ich, äh, nein. Ich wollte nicht. Das ist cool. Ach so, ja, die waren ja... Die waren ja weg. Ah ja. So. Die zwei Schlauch. Wo hatte ich denn die Schlauch? Hier hatte ich die Schlauch. Und dann fehlt eigentlich verstärkte Säule. Ach, das ist da hinten. Ich hab noch... Ich hab noch nichts auf dem Kopf, ne? Ja, oben haben wir schon irgendwie schick. Auch wenn da... Naja. Wäre cool. Warte mal, kann der? Hat der Schutz vor... Plus 15 Sonnenwiderstand. Hier wäre dem Trägerschutz vor den Elementen. Und plus 12 maximale Gesundheit. Das ist geil. Das ist natürlich cool. Und jetzt muss ich mal gucken. Schnell noch. Ich weiß, dass die Folge wieder lange geworden ist. Aber ich muss noch kurz gucken, was der mir gebracht hat, dieser Typie. Ja, der da war das. Der da. Steinbrecher. Ähm, Holzbearbeitung. Holzbearbeitung. Brett und Tierhaut. Habe ich jetzt über alle Tierhaut verschlempert? Immer noch ein bisschen näher. Holz. Aber bearbeitetes Holz. Äh, die Frage ist... Wohin? Nein, 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 nein. Ach ja. Mach da... Mach da... Mach einfach. Mach einfach. Mach was du... Holzbearbeitung. Eigentlich wäre die Holzbearbeitung hier. Da habe ich aber jetzt keinen Platz mehr. Okay, durch Einheit. Welche Einheit? Könnten die natürlich auch, wenn ich das hier zumach... Warte mal kurz. Daíveltem. Da. Warte mal kurz. Ja. Der Moon ist rising. Eigentlich was drin. Da sind die Bretters drin. Sieht zwar ein bisschen komisch aus hier, aber... Bilderrahmen, Bretter, der Gänse herstellen. Angelrute, Kupferbahn und Trauerfaden, verwende sie, um Fische zu fangen. Wir haben ja hier einen Teich, sind da vielleicht auch... Hier! Leder brauche ich nur noch. Also ich bräuchte Leder... Oh Gott. Leder, Kupferbahn, Trauerfaden. Leder, Kupferbahn, Trauerfaden. Leder, Kupferbahn, Trauerfaden. Leder, Kupferbahn. Trauerfaden. Leder, Leder. Äh, Quatsch. Kupferbahn, Kupferbahn sind hier. Dankeschön. Njong. Ein geschnitztes Holz. Wofür brauche ich das? Ja, der Gänse zum Herstellen. Willst du mal eins machen? Wofür ist das? Warte mal. Dann können wir ja gleich unseren, den wir gelootet haben, da vorne reinpacken. Den brauchen wir ja dann nicht. Nee, nee. Das ist noch ein Armbrust. Die Angerrote ist natürlich auch schlechter von den Dingern, aber die hast du ja auch nur zum Kämpfen. Die hast du ja auch logischerweise nicht zum Kämpfen. Kannst du auch gerne mal kurz mit hier reinhauen. Das sind immer mal wieder Sachen, die man, glaube ich, braucht. Angelrote. Verwende sie, um Fische zu fangen. Aber ich brauche dann keine, brauche dann keine, äh, keine, 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 weiß schon, keinen Köder. Das sind die vier Sachen. Okay, und der Blutrausch war das. Ja, und was bekommen wir bei ihm? Die große Kiste. Die sind halt die 20. Und die waren dann halt schon 26. Und der Verschlinger. Weiß halt nicht, wo wir die Besseren alchemitisch hier ist das Vampirdurchgangstor und Gartenböden und Gartenböden Knoblauchwiderstands in Gebräu Wilder Bär Feldtüppiche Bärenform Gott, kommt da noch viel Bosse. Guck mal. Uff! Also wir haben noch viel zu tun. Mal gucken, wie weit wir kommen werden, wie gesagt. Das war aber schon cool. Also wir sind nicht gestorben, als wir hier rumgeritten sind. Es war ein bisschen mehr schlechter als rechte, äh, durchgeritten. Aber hey, wir sind durchgekommen. Oh Mann, aber da oben ist es voll schön. Und zumindest haben wir ein paar Sachen aufgedeckt, wo es was gibt. Von daher können wir da immer mal wieder hingucken. Und wir können uns ja, glaube ich, hierhin porten, wenn ich das richtig sehe. Mal gucken, wie das mit dem Porten funktioniert. Dann, wir können ja mal das dann in der nächsten Folge testen, diese, äh, ob wir irgendwelche Fische fangen. Wir haben ja da hinten gleich einen See. Vielleicht können wir da da und Fische fangen. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auch bei der langen Folge wieder. Ich schaff's einfach nicht, die Folgen mittendrin aufzuhören. Das ist furchtbar. Tut mir leid. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ähm, vielen lieben Dank für die Kommentare und für die Likes. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns. Ciao.